In der heutigen Welt ist die Mundgesundheit ein wichtiger Aspekt des allgemeinen Wohlbefindens. Parodontale Erkrankungen sind weit verbreitet und betreffen Millionen von Menschen weltweit. Eine parodontale Behandlung ist daher von groayer Bedeutung, um die Zahnfleischgesundheit wiederherzustellen und ernsthafte Komplikationen zu vermeiden. Die parodontale Behandlung umfasst verschiedene Verfahren, die darauf abzielen, das Zahnfleisch zu pflegen und zu stärken. Eines der haufigsten Probleme im Zusammenhang mit der Zahnfleischgesundheit ist die Parodontitis, eine Enzereinviertelndung des Zahnhalteapparats, die unbehandelt zu schwerwiegenden Komplikationen wie Zahnverlust-FA-1-Viertel rennen kann. Ein wichtiger Bestandteil der parodontalen Behandlung ist die Zahnreinigung. Bei der Regelma-Eigenreinigung werden Plack und Zahnstein entfernt, um Enzereinviertelendungen zu reduzieren und das Risiko von Parodontitis zu verringern. Dies ist ein entscheidender Schritt zur Erhaltung der Zahnfleischgesundheit. FA-1-Viertel er fortgeschrittenere FA-Leh von Parodontitis kann eine tiefere Reinigung erforderlich sein, die als Scaling und Rudeplaning bekannt ist. Bei diesem Verfahren reinigt der Zahnarzt die Zahnwurzeln, um Enzereinviertelendetesgewebe zu entfernen und die Erholung des Zahnfleischs zu FA-1. Diese Behandlung ist oft notwendig, um die Zahnfleischgesundheit wiederherzustellen und weiteren Schaden vorzubeugen. Ein weiteres wichtiges Verfahren zur Wiederherstellung der Zahnfleischgesundheit ist die chirurgische Behandlung. In schwerwiegenderen FA-Leh von Parodontitis kann eine Operation erforderlich sein, um geschadigtes Gewebe zu entfernen und das Zahnfleisch zu reparieren. Dies kann helfen, die Symptome der Parodontitis zu lindern und die Gesundheit des Zahnfleischs langfristig zu verbessern. Nach einer parodontalen Behandlung ist es wichtig, die regelmaeige Pflege des Zahnfleisches fortzusetzen, um weitere Probleme zu vermeiden. Dies beinhaltet die regelmaeige Reinigung der Zahn- und Zahnfleisch, die Verwendung von Zahnseide- und Mundspareinviertelung sowie regelmaeige Besuche beim Zahnarzt zur Au-Eberwachung der Zahnfleischgesundheit. Insgesamt ist die parodontale Behandlung ein entscheidender Schritt zur Erhaltung der Zahnfleischgesundheit und zur Vermeidung ernsthafter Komplikationen. Indem Sie die richtigen Verfahren zur Wiederherstellung der Zahnfleischgesundheit durchvereinviertelrenn und die regelmaeige Pflege des Zahnfleisches beibehalten, kann Ihnen Sie Ihr Latschellen und Ihre Mundgesundheit langfristig schaar ein Viertelzehen. In diesem Sinne ist die parodontale Behandlung ein wichtiger Aspekt der allgemeinen Mundgesundheit und sollte nicht vernachlassagt werden. Indem man die Zahnfleischgesundheit pflegt und regelmaeig beim Zahnarztkontrolltermine wahrnimmt, kann man dazu beitragen, ernsthafte Komplikationen zu vermeiden und sein Latschellen zu bewahren. Denn ein gesundes Latschellen ist ein wichtiger Teil eines gesunden Lebensstils. Zahnfleisch. Zahnfleisch. Zahnfleisch.